Hallo meine lieben Gnulis und willkommen zum 18. Dezember. Ich hoffe euch geht's allen gut und wir ziehen wieder direkt das neue Fenster. Es nähert sich immer mehr dem Ende an hier. Das heißt dem Ende, aber dem Ende vom Adventskalender. Und ich ziehe wieder einen Namen. Und zwar habe ich hier auch aus Facebook Martina. Du hast gewonnen. Glückwunsch an dich und du bekommst einen wunderschönen, kuscheligen Gnu-Pulli. Ich schreibe dich an. Du darfst dir die Größe und die Farbe auswählen. Wenn du Instagram nachgeschaut hast, da gibt es ja auch schöne Farben für Mädchen. So Min-Farbe finde ich immer ganz schön. Aber die meisten Mädels nehmen immer Grau. Ich hatte bis jetzt so zwei, die rosa wollten. Das ist irgendwie sehr interessant. Dann sage ich danke fürs Mitmachen. Macht wieder für morgen Teilnahme. Nehmt teil. Ich drücke euch die Hufen und ich hoffe, euch gefällt der Adventskalender soweit und auch die Geschenke, die drin sind. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in den nächsten Videos oder eben morgen im nächsten Adventskalender. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, was bei euch gerade ist. Und wir sehen uns. Bis dann. Eure Gnu-Mama. Ade mit E.